Seit über 25 Jahren ist der Fliesenhof Gassnig der kompetente Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf und um die Verlegung von Wand- und Bodenfliesen geht. Wir beraten Sie auch gern in unserer Ausstellung, wenn Sie die Fliesen selbst verlegen oder Ihren eigenen Handwerker beauftragen möchten. Wir haben in unserer Ausstellung über 500 Fliesen von verschiedenen Herstellern, mit denen ein großes Farb- und Formspektrum gezeigt wird. Vom kleinstformatigen Mosaic über ein klassisches Fliesenformat bis hin zum Herstellungsmaß 1 x 3 Meter. Das durch uns gelieferte Fliesenmaterial wird in unserer Lagerhalle kommissioniert und fachgerecht gelagert. Gern vereinbaren wir telefonisch einen Termin mit Ihnen in unseren Räumen oder auch vor Ort bei Ihnen auf der Baustelle. Unser Leistungsumfang beinhaltet sämtliche Bereiche von Kleinflächen über Bäder, Wohnbereiche bis hin zu Hotels, öffentlichen Gebäuden, Ferienhäusern und Autohäusern. Wir führen unsere Arbeiten auch im Außenbereich durch. Wir verarbeiten unser Material auf Treppen, Terrassen und Balkonen. Besonders wichtig ist uns dabei die Kommunikation mit Ihnen. Besuchen Sie uns gern auf der Baustelle und schauen Sie sich die Arbeit vor Ort mit unseren Fachleuten an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Wunderschöne 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 Wunderschöne